So, hallo alle zusammen, willkommen zu FuckWidePromel. Ich grüße euch herzlich. Heute möchten wir, wir gehen mal auf die Jagd. Wir helfen den Vinyas und zwar dorthin. Vinyas helfen, bis die töten. Nichts für hin, würde ich sagen. Wir sind gut ausgerüstet. Sperre voll. Köder haben wir. Genau. Wisst ihr, was richtig geil wäre? Da habe ich mir mal so ein bisschen Kopf gemacht. FuckWideDinosaurer-Zeitalter. Das wäre doch mal was, oder? Ne, wo ist da hin? Okay, den habe ich... Oh, der lebt noch. Ne, ne, den habe ich erledigt. So. Ähm, genau, wo war ich denn? Ähm, genau, so FuckWideDinosaurer-Zeitalter. Stellt euch mal vor, hier so ein T-Rex oder so ein Langhals. Keine Ahnung, wie die auch heißen. Mega, oder? Das wäre doch mal was. So, wir sind auch gleich da in 100 Meter. Bis gehen Holz nimm mal mit. Ich glaube, hier ist ein größeres Tier irgendwo. So, da sind unsere. Ah, ich halte nicht mal. Ich muss den beobachten hier. Treffer. Schon cool aus, oder? Sogar ein seltenes Wolf. Coole Sache. So, ich duck mich mal, weil... Okay, die haben mich schon erwischt. Oh. Ich bin gut getroffen. Ach, da ist ja noch jemand. Boah, hier bringt ja alles. Ah, bist du zu weit weg? Alter. Okay, von mir. Da hat sie selbst gesprengt. Gut, wir sind am Ziel. Dann folgen wir mal den Spuren. Hier brennt ja alles. Hier brennt ja gar nicht auf, hier. Schaut euch das mal an. Schaut schon geil aus. Bloß weg hier. Das kann ich nicht nimm. Löwe. Sehr gut. Was liegt hier? Achso, wir machen jetzt Löwen platt. Was ist das? Ich kann ihn gar nicht... Alter, ist nicht schnell. So, das verledigt. 1 von 5. Okay. Ah, das sieht gut aus. Da ist noch einer. 2. Wie? Ach, die Oli ist zu schwach dafür. Boah. 5. Ähm, 2 von 5. Super. Ähm, so, wo ist denn hier die Hand? Bin ich irgendwie blind? Oh, es ist hier oben. Nehmen wir mal rein. Ich hab hier selber pitt gemacht. Manchmal 3. 2. Was ist das hier? So eine außerirdische Zeichnung? So ein Gebiet müssten... Ah, da... Boah, da ist so ein seltses Tier. Da hab ich wirklich gesehen. So einen dunklen. So einen noch. Geschafft, Freunde. Ähm, so, für eine weitere... Fast, äh, es gibt's wirklich hier nicht mehr... ...viele. Ah, sag mal, hat er keinen Bock drauf? Ah, da sammle ich die wieder ein. Krass, der hat wirklich keinen Bock drauf. Okay, wir lassen ihn mal ziehen. Ähm, ja. Quest. Zum Dorf können wir gleich zurück. Hier oben gibt's Stress. Das müssen wir uns jetzt beilen. Und zwar deswegen... ...wir müssen wir uns jetzt beilen. Wenn ja Ereignis Verteidigung. Sorry, die nicht. Und... ...übersuchen hier. So, ihr seht selbst, ähm, Aufträge haben wir nicht mehr viele. Also, so, Questen halt. Hauptquest. Na, hier wär eigentlich noch so ein... ...uninteressant. Ja, frag mal, so lang im Spiel... ...ist das. Halt viele so Nebenquesten. Da würd ich sagen, vielleicht haben die... ...hier noch was für uns. Ne, Hauptquest uns. Was ist das? Wir schauen mal nach. Auf jeden Fall machen wir gleich... ...von den Schamanen das Haus erweitern. Man freut sich endlich drüber. So, da rennen wir mal ganz ihm hin. Juhu, zwei... ...Befelkerungen dazu bekommen. So, der wird sich doch... ...einen drauf pellen. Beisayu! 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 Beisayu, würde ich auch sagen. Vor Freude. Ja, akzeptieren. So, dann hätten wir noch... ...eine Dame, hoffe ich. ...den Auftrag von uns hat. Genau, Fähigkeit, Handwerk, Fähigkeit... ...das können wir hier drei Stück. Feuer-Tech-Dome, oh cool. So, jetzt auch hier ausbauen. Natürlich nicht. Seltene Hirschhaut fehlt uns da noch. So, mal hier rüberspringen. So. Sind hier Aufträge oder auch nicht? Wo waren die denn nochmal? Ach so. Ich glaube, wir können nur... ...die Hütte ausbauen, das war's. Schade. Ich dachte... ...also, wie gesagt, ähm... ...wir haben das Spiel quasi durchgesplatt gemacht. Gucken wir mal hier... ...dorf. Genau. Hm. Dann suchen wir uns mal ganz schnell mal... ...so'n kleinen Auftrag, dann wär's das auch... ...auch hier. ...tötötötötötötötötötötötö? Was könnten wir noch machen? Dort ist alles gemacht... ...außer die Nebenmission. Was das nochmal? Dorf-Mission... ...mit dem Venier ein... ...Geistertoten zu errichten... ...oh, das ist cool. Ganz, ganz selten, Freunde. Auf in den Kampf! Auf zum Atem. Auf zum Atom. Schwimmen wir hier rüber. Ich hoffe, keine Krokodile, wollte ich schon sagen. Aber hier ist natürlich einer, den wir abmuxen. So, jetzt aber ganz schnell rüber schwimmen. Ich denke mal, dass sie auch Krokodile sind. Mal schauen, unter Wasser. Fischi, Fischi. So, jetzt aber. Ah, meine Tasche ist voll. Wie immer. So, Freunde, dann ist das hier unsere Mission. Auf geht's, Geistertote. Alles klar. Dann folgen wir mal die Furchtspuren hier. Weltschweine tun uns nix. Außer wir greifen sie an. Oder wir sind zun an den Träumen. So, Furchtspuren, genau. Da. Finde das Florentotem. Los, grüft ihn an. Finde das Florentotem. Oh, soll lassen. Hier sind halt. Wir müssen klettern. Treff ich das nicht? Oh, muss ich hier drauf zielen. Wie auch immer, wir klettern. Knössl und Totem. Ähm, ja, wir sind jetzt woanders hingekommen. Ich dachte, hier. Hä, wie auch immer. Jetzt leuchtet das wieder hier. Also, irgendwie. Das bedeutet, wir müssen das hier finden. So, ich glaube, kommen wir hier nicht hoch. Das ist seltsam. So, kann ich sogar nicht spüren. Ist denn das Scheiß-Totem? Ich kopp'n. Na, komm. Jetzt ist mir ein bisschen zu... Gucken wir mal, was die Eule so findet. Irgendwie muss ich doch hier hochkommen. Okay, okay. Wieder und wieder zurück. Ah, hier hoch. Da ist es. Okay, ein Mensch hatte das. Zunächst das Ziel. Wo ist er denn? Okay, der wird platt gemacht. Dann gehen wir mal hier hoch. Warten, bis die Wespen weg sind. Die sind jetzt weg. Ach, und das hat keine Kohle gehabt. Oh, das wird eine schöne Buchserei. Ups, hinter mir. Alter! Ist der von den Toten wieder erwacht, oder was? Also, jetzt müssen wir biskürzen nicht, dass hier auch noch Feinde sind. Ich kann mal hier hochschauen. Oh, Jägerblick habe ich. Also, ich sehe hier nichts Routes. Gucken wir mal, was die Eule so sagt. Sacht sage ich schon, was die Eule natürlich so sieht. Ah, hier kann es nicht sein. Das muss irgendwie... Hier irgendwo müsste das sein. Aber wo denn jetzt? Ah, müssen wir halt so suchen. So, wo soll das jetzt? Alter! Was macht er denn? Oh, den machen wir fährig. Zaut er natürlich ab. Nein! Ich habe nicht getroffen. Schade. Alter! Ich hoffe, ich kriege mal Spee wieder. Jawohl, habe ich. Er hat gesessen. So, hier müsste das doch irgendwo sein. Hm. Findest verloren, Totem. Tja, wo denn? Also, die Sucherei, die... Ach nee, jetzt hab ich mich hier drin. Boah, Augen auf. Hallo. Let's play, German. Alter, dass ich das nicht gesehen habe, ne? So, da hinten ist ein Fragezeichen. Dann gehen wir mal... Wir müssen eh dort lang. Boah, zumal ja. Auch nicht. Ich möchte hier hoch. Ja. 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 Das ist jetzt auf jeden Fall hier auf dem Berg. Jo. Dann gehen wir mal auf den Berg. Oups. Keiner hat den Köder geschluckt Mann, beißt schon an Ach, dann nicht So, das würde erledigt Ähm, ja, sonst haben wir nichts mehr großartiges, leid, so was? Armes Konflikt Ja, Freunde, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen Und Einsprung noch ins Wasser Da bin ich aber gut ausgerüstet Ich wollte einen Auf jeden Fall vielen Dank Vielen Dank fürs Zuschauen Und Wir sehen uns auf jeden Fall In irgendwelche anderen weiteren Spiele Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch noch einen